Nachdenkseiten Die kritische Website Krypto, die Menschenrechtsverbrechen der südamerikanischen Diktaturen und das Mitwissen des deutschen Staates. Ein Kommentar von Frederico Füllgraaf, verantwortlich Redaktion. Mit einem gemeinsamen Publikationsprojekt enthüllte Mitte Februar die deutsche ZDF-Redaktion Frontal 21, die US-amerikanische Washington Post und die Sendereihe Rundschau des Schweizer Fernsehens den, wie es die Post nannte, Geheimdienstputsch des Jahrhunderts. Gegenstand der Enthüllungen ist das über 20-jährige Abhören von rund 130 Staaten durch die US-amerikanischen und deutschen Geheimdienste CIA und BND, was zwischen 1970 und 1993 praktiziert wurde. Beide hatten für umgerechnet 24 Millionen Euro den damals weltweit führenden Schweizer Chiffiermaschinenhersteller Krypto AG heimlich übernommen. Sie verdienten Millionen Franken mit den Aufträgen jener 130 Staaten, die sie obendrein durch die Hintertür belauschten, indem sie die ursprünglichen Algorithmen manipulierten. Ein allein schon unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Kundentreue skandalös anmutendes dreckiges Geschäft. Die Mitte Februar in den drei zitierten Medien veröffentlichten Reportagen sollten jedoch als bloßer Appetizer dienen. Das ZDF kündigte eine komplette 60-minütige TV-Dokumentation mit dem Titel Geheim-Operation Rubicon für den kommenden 18. März an. Der BND, Operation Rubicon und Unternehmen Condor Als politischer Wert der bisher nur angedeuteten Enthüllungen haben zwei Hinweise auf Südamerika meine Aufmerksamkeit erregt. CIA und BND sollen nachweislich im Jahr 1982 den Malvinen-Falkland-Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien zugunsten der Briten mitentschieden haben. Beide Geheimdienste waren im Bilde angesichts der brutalen Menschenrechtsverletzungen, die allein in Argentinien im Verschwinden, man lese, in der Ermordung von nahezu 30.000 Oppositionellen gipfelten. Wodurch wollen die drei zitierten Medien die Beweise dafür erhalten haben? Durch Einsicht einer 280 Seiten starken Akte in den USA. In der heißt es, dass Was sollte das demokratisch orientierte deutsche Publikum dabei interessieren? Als allererstes, dass die Akteneinsicht in den USA und nicht in Deutschland erfolgte. Als zweiter Aspekt der mehrfache kritische Hinweis, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine komplette, sondern um eine Teileinsicht handelt. Und drittens, dass der Fernsehzuschauer bei der für den 18. März angekündigten ZDF-Dokumentation genau hinsehen und horchen sollte, was dann als bisher unerforschtes Geheimnis gelüftet wird. Im Fall des Malvinen-Falkland-Krieges könnte man behaupten, dass die damalige Bundesregierung mit Chiles grausamen Diktator Augusto Pinochet zumindest indirekt gemeinsame Sache gegen Argentinien machte. BND und CIA wussten von Pinochets Geheimmissionen gegen Argentinien im Auftrag Margaret Thatcher's. Lies sich Großbritannien in einen Krieg gegen Argentinien ein, so war der Umgang der beiden NATO-Mächte USA und Deutschland höchst doppeldeutig und gesinnungslos. Diese Behauptung will ich mit einem obszönen Nebenschauplatz der Operation Rubicon erläutern, von dem ein CIA-Telegramm vom 7. April 1978 berichtet. An dieser Stelle ist die Fotografie des Telegramms zu sehen. Die Nachricht lautet Übersetzt Diese Geheimdepesche ist ein winziger Teil der im Jahr 2016 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama während seines Staatsbesuchs in Buenos Aires den argentinischen Menschenrechtsorganisationen übereigneten, freigegebenen CIA-Geheimakten. Die Dokumente bestätigen Erkenntnisse, aber auch die aktive Teilnahme der CIA an dem Unternehmen Condor. Das war der mörderischste Feldzug aller Zeiten durch südamerikanische Militärdiktaturen. Unterschiedlichen Angaben zufolge sollen 400.000 Menschen inhaftiert worden sein und bis zu 60.000 Menschen verschwanden, sprich wurden ermordet. Vereinzelte Führer des Geheimbundes, darunter Argentiniens ehemaliger Junta-Chef Rinaldo Bignone, wurden in den vergangenen 20 Jahren vor Gericht gestellt und zu hohen Haftstrafen verurteilt. Der verstorbene britische Publizist und Schriftsteller Christopher Hitchens machte in seinem Buch Trial of Henry Kissinger nicht nur den ehemaligen US-Außenminister, sondern auch FBI-Agenten für den Massenmord mitverantwortlich. In adäquater Beschreibung bezeichnete der öffentlich-rechtlich britische Sender BBC den Geheimbund Condor, ein genozidartiges Tötungsunternehmen. Die freigegebene CIA-Depesche belegt schwarz auf weiß, dass Länder der EU, darunter die Regierung des damaligen Westdeutschlands, in den späten 1970er Jahren Vertreter der Militärdiktaturen Chiles, Argentiniens und Brasiliens mit dem Ziel getroffen haben, den Modus operandi von Unternehmen Condor zu übernehmen. Laut CIA planten die europäischen Agenten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung, das Vorgehen der südamerikanischen Mordkommandos nach Europa einzuführen. Selbstverständlich mussten sich die Regierungen der Bundesrepublik Italiens und Frankreichs gegen die blutigen Umtriebe von RAF, Brigade Rosse und bewaffneten Maoisten wehren. Dieses Anrecht war und sollte auch heute noch als unbestreitbar gelten. Doch mit der in Anführungszeichen Beratung von südamerikanischen Völkermördern? Die Involvierung des BND in das Unternehmen Condor spielte sich während der sozialdemokratischen Regierung Helmut Schmitz 1974 bis 1982 und der Amtszeit Georg Wessels als BND-Chef ab. Er war ehemaliger Wehrmachtsoffizier und Gründungsmitglied der Organisation Gehlen. Er führte den BND zehn Jahre lang, also auch während der Regierung Willy Brandts 1969 bis 1974. Er trat erst am 31. Dezember 1979 die Geheimdienstleitung an den liberalen Klaus Kinkel ab. In einem Informationsaustausch mit dem deutschen Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Ehenbohm teilte mir dieser im vergangenen Februar mit, Zitat, Zitat Ende. Ich habe die Szene fast noch genau vor Augen. Nach einem Treffen der lateinamerikanischen Studentengemeinde in Deutschland, kurz AELA, flüsterte Klaus Claudio Zieschank einer Handvoll Vertrauten, zu denen ich gehörte, zu. Er werde in wenigen Tagen zu einem Besuch seiner Mutter diskret ins Heimatland Argentinien fliegen, plante jedoch auch, ein Praktikum in der Kolben- und Autoteilefabrik Baxton durchzuführen. Das war Anfang März 1976 und wir haben Claudio niemals wiedergesehen. Der deutschstämmige Argentinier war Stipendiat und Student an der TU München und wir wussten, dass er mit einer politischen Organisation in Argentinien sympathisierte, die wenige Wochen später, nach dem Militärputsch vom 24. März 1976, in den Untergrund ging. Zwei Tage nach dem Staatsstreich warteten vier Ford Falcons am Eingangstor der Firma Baxton und Zieschank wurde von schwer bewaffneten Agenten des neuen Regimes gewaltsam entführt. Die Entführung wurde von mehreren Arbeitern der Firma Baxton bezeugt. Am selben Tag wurde das Haus seiner Mutter ohne Gerichtsbeschluss durchsucht, die Entführer raubten wertvolles und persönliche Gegenstände. Claudios Mutter, Anna-Maria Gmoser-Zieschank, bat die Botschaft und die Bundesregierung um Hilfe, nahm schon im Sommer 1976 an einem Hungerstreik auf dem Bonner Marktplatz teil, doch sämtliche Bemühungen für die Freilassung Claudios bzw. für sein lebendiges Auftreten vor einem argentinischen Gericht blieben erfolglos. Zwar hatte Kanzler Helmut Schmidt sich diesbezüglich brieflich an die argentinische Diktatur gewendet, die Verhandlungen scheiterten jedoch insbesondere wegen des indifferenten Verhaltens von Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Ähnlich erging es den Angehörigen der ein Jahr später ermordeten deutschen Soziologiestudentin und Südamerika-Praktikantin Elisabeth Käsemann, Tochter des renommierten evangelischen Theologen Ernst Käsemann. Gegen die damalige Regierung Helmut Schmidt und wieder mit Nachdruck gegen ihren Außenminister Genscher wurden mehrfach schwere Vorwürfe erhoben. Im Mittelpunkt stand die Anschuldigung, der sozialliberalen Koalition seien die guten wirtschaftlichen Beziehungen zum Argentinien darunter wichtiger gewesen als die Einhaltung der Menschenrechte und die Rettung Deutscher Entführter. Publizistisch bildeten Cieschank und Käsemann das bekannteste Namenspaar. Doch insgesamt wurden Dutzende Deutsche und Deutschstämmige in nahezu 340 Geheimgefängnissen der Diktatur getötet. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bekräftigte in mindestens zwei Ausgaben aus dem Jahr 2014 die schweren Anschuldigungen. Geheim gehaltene Unterlagen des Auswärtigen Amtes zufolge habe Bundeskanzler Helmut Schmidt mit der argentinischen Junta sympathisiert. Die Statements von Schmidts Funktionären über die seinerzeit blutigste aller Diktaturen sind ein unendlicher Skandal. Jörg Kastl, deutscher Botschafter im Buenos Aires, kommentierte, die Machtübernahme der Militärs sei der Staatsminister Karl Mörsch von der FDP berichtete nach einem Besuch in Buenos Aires, die Militärs seien ganz sicher keine zynischen Diktatoren. Während die Junta innerhalb von sieben Jahren nahezu 30.000 Menschen, darunter 74 Deutsche und Deutschstämmige, ermordete, stand für die sozialliberale Koalition unter anderem ein hundertfaches Millionengeschäft mit dem Export der Atucha-Atomanlagen nach Argentinien im Vordergrund. Dieses Vorgehen ähnelte dem milliardenschweren Atomgeschäft von 1975 mit Brasiliens Militärdiktatur oder den Waffenexporten nach Chile. Dazu gehörten die Hubschrauber von Messerschmidt-Bölkow-Blom, die die weltweit angeprangerte brutale Carabinero-Polizei verwendeten. Der zynische Umgang der sozialliberalen Koalition mit den blutigen Militärdiktaturen Lateinamerikas lässt sich mit der vom Spiegel zitierten, erschreckenden Devise des damaligen Abteilungsleiters Karl Alexander Hampe zusammenfassen. Zitat Dazu äußerte sich Schmidt-Ehenbohm mit eindeutigem Urteil. Zitat Nach unseren Erkenntnissen aus der Operation Rubicon wusste der BND sowohl aus einer menschlichen Spitzenquelle als auch durch die technische Aufklärung von den brutalen Menschenrechtsverletzungen durch seinen argentinischen Partnerdienst. Und selbstverständlich mündete dieses Wissen in Informationen für das Bundeskanzleramt und in Länderberichten für das Auswärtige Amt. Zitat Ende Als Epilog ein abschließender Blick auf den Schauplatz Colonia Dignitat Der BND und der Fall Colonia Dignitat Die einschlägigen Militärdiktaturen Südamerikas wurden nach einheimischem und internationalem Recht wegen ihrer tausendfachen Menschenrechtsverbrechen mehrfach als kriminelle Organisationen bezeichnet. Der wohl klassische und vergleichbar skrupelloseste Fall der Zusammenarbeit des BND mit diesen Militärdiktaturen ist Colonia Dignitat in Chile. Sie beginnt mit der BND-Leitung durch Wessel und wird von seinen Nachfolgern Klaus Kinkel 1979 bis 1982, Eberhard Blum 1982 bis 1985 und Hans-Georg Wieg 1985 bis 1990 fortgesetzt, bis die deutsche Terrorsekte auffliegt und die Mehrheit ihrer Hierarchen 1990 verhaftet wird. Auch Wieg sozialdemokratischer Nachfolger Konrad Porzner 1990 bis 1996 verwaltete selbstverständlich sechs Jahre lang jene bis heute geheim gehaltenen Akten über Colonia Dignitat, die Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2016 nicht freigeben durfte. Die Dignitat-BND-Akten Sie dokumentieren akribisch, dass Deutsche mitwissen über bisher nur geahnte Verbrechen, so zum Beispiel die Umtriebe und Waffengeschäfte des ehemaligen Mitglieds der Waffen-SS und BND und CIA-Doppelagenten Gerhard Mertins alias Uranus. Als Beteiligte an der SS-Einsatzgruppe Ottos Gorsenyes zur Befreiung Benito Mussolinis entging Mertins nicht nur strafrechtliche Verfolgung in der Gründungszeit der Bundesrepublik, sondern genoss geradezu Heldenruhm. Er diente zunächst in den Chefetagen von Volkswagen und Daimler-Benz. Karriere machte der ehemalige Fallschirmjäger allerdings mit seiner Firma Merix AG als Waffenhändler, zuerst im Nahen Osten, anschließend in Lateinamerika. Schon 1956 wurde er vom BND als Agent eingesetzt. Der Spiegel enthüllte Mertins beste Kontakte zu Diktatoren und seine geheimen Waffengeschäfte. Die Bonner Staatsanwaltschaft erhob in den 1970er Jahren Anklage wegen der Illegalität des Waffenhandels. Doch siehe da, Mertins wurde 1980 freigesprochen und erhielt obendrein vom Bund eine 5-Millionen-D-Mark-Entschädigung, weil er nachweisen konnte, dass die Waffenexporte im Auftrag des BND abgewickelt wurden. In Chile ging Mertins in der vom Kinderschänder Paul Schäfer mit eiserner Hand dirigierten Sekte Kolonie Würde ein und aus, die ohne politische Helfershelfer, Beschützer und Spender nicht überleben konnte. Also gründete der BND-Agent Mertins 1978 den deutschen Freundeskreis Colonia Dignitat, der auch in Chile mit Mitgliedern der Pinochet-Diktatur erweitert wurde. Unter anderem den derzeit amtierenden Justizminister Hernán Larraín unter Präsident Sebastián Piñera. Unterstützung genoss der Freundeskreis durch Pinochets Geheimpolizei DINA. Der in unter falschen Namen eingereiste Chefgeneral Manuel Contreras wurde bereits im Jahr 1975 in der Bundesrepublik von Mertins empfangen. Selbstverständlich wussten Mertins und der BND, dass DINA-Agenten im Umgang mit den modernen Waffen von deutschen Dignidad-Siedlern ausgebildet wurden. Dass die DINA ferner auf dem Koloniegelände ein geheimes Folterzentrum unterhielt, in dem bis 1978 mindestens 150 Pinochet-Regimegegner eingeliefert und ermordet wurden. Und dass die Kolonie einen geheimen Radiosender für Auslandskontakte mit Geheimdiensten betrieb, der offiziell der DINA gehörte, jedoch offenbar von den deutschen Sektenmitgliedern aufgebaut worden war. Ein ehemaliger chilenischer Soldat berichtete, dass die Deutschen der DINA sogar tragbare Hochleistungssender zur Verfügung stellten, wenn sie diese brauchte. Die Hinweise auf den Sender stammen aus den von Steinmeier freigegebenen Akten aus dem Auswärtigen Amt. Diese hatte die Londoner BBC eingesehen und fragte sich zu Recht, Zitat, ob der mächtige Radiosender der Kolonie im Rahmen der sogenannten Operation Condor eingesetzt wurde. Zitat Ende. Mord verjährt nicht Vor diesem Hintergrund voller Gräuel und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind die Worte des früheren Kanzleramtsministers und Koordinators der deutschen Geheimdienste Bernd Schmidbauer ein unentschuldbarer Skandal. Der Christdemokrat bestätigte die Geheimdienstoperation Rubicon und erklärte gegenüber dem ZDF lapidar, sie habe, Zitat, sicher dazu beigetragen, dass die Welt ein Stück sicherer geblieben ist. Zitat Ende. Geheimdienstexperte und mehrfacher Buchautor Erich Schmidt-Ehenbohm schlägt in einem Appell an den jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor, Zitat, Er sollte sich mit der moralischen Macht seines Amtes, eine andere hat er ja nicht, für die Öffnung der BND-Akten einsetzen, wenn sein Besuch in der Kolonia Dignitat nicht nur Schaufensterpolitik gewesen sein sollte. Die Initiative sollte auch darauf verweisen, dass US-Präsidenten wie Clinton und Obama Aktenfreigaben genehmigt haben, siehe die Bestände im National Security Archive, obwohl die USA durch die Unterstützung der Militärdiktaturen weit intensiver belastet sind, Zitat Ende. Der Zynismus Schmidt-Bauers, aber auch seiner noch lebenden sozialliberalen Vorgänger und ehemaliger BND-Chefs, sollte kriminalrechtlich geahndet werden. Er verdient eine Anzeige wegen Mitwissen und Begünstigung von Massenmorden und schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir sehen uns bei uns auf der Video- puede... Vielen Dank.